Are we back? Back to life Alter was schier Alter der Ritter verfolgt mich Ich bin schon wieder tot Das gibt's nicht alter Ich kann hingehen wo ich will immer Es hängt an mir direkt ein Ritter Are we back? Was ich will Ich hab super Achso Super 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 Wo ist so ein Ritterarsch Da ist ein Ritterarsch Ritterarsch Oh Na da mach mal den so Ritterarsch Ey das gibt's doch nicht Die 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 Jihau Blödo Wüxel Und er stirbt da hast du was Blödo Drecksau Hinden ist noch so ein Dreieck Ich hab's Das Tor öffnet sich Ja du weißt schon selber dass Die Sachen was dir angezeigt wird Jaaa Heißt nicht dass ihr das seht Richtig Sagst du mir ziemlich so ziemlich in jeden Stream und so ziemlich in jeden Dings ich weiß das Ich rede ja auch für mich dass ich das da ein Dreieck sehe Ich habe nicht Hey Leute guck mal da ein Dreieck Da wo ist eins liegen seht ihr es nicht Siehst du das denn nicht Mensch jetzt geht doch mal da hin Ja Kollegen sind schon wieder weg Ich? Nö Ich warte hier Jetzt so du 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 du, du 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 du. Ich warte jetzt auch langsam nicht mehr und so Gucke mal Guc Ci Oh, da schießt irgendwas, so ein Ritterarsch oder sowas. Eine Hexe. Nö, Oger hat geschossen. Ach du Scheiße. Ach du Sau, Alter. Ogerchen. Oger tot. Ja, weil ich mit Supertruppe gerotzt habe. Alle drei Superschüsse, Alter. Leck war der Oger. So. Ach, zu Glück haben sie das jetzt gepatcht, ey. Dass ich jetzt mit einem höheren Level auch blaue Dinger einsammeln. N-Kram und so ein Scheiß. Weil es ist ja bei euch ziemlich rar ausgefallen, wo ich das letzte Mal bei euch mitgespielt habe. Ich durfte jetzt eigentlich auch am Ende des Strikes und so immer auch was bekommen. Dürfte. Dürfte. Eigentlich. Dürfte. Dürfte. Hallo? 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 Ja, hallo. Hohoho. Hohoho. Man is crazy. Hör auf rumzutrampeln. Und hier stehen wir wieder an diesem faszinierenden Ort. Komm, Percy, spring. Na komm, spring. Spring du doch. Wo soll ich denn springen? Spring du doch. Spring du doch. Ja gut, okay. Ich bin mal weiter nach unten. Ach ja, die warme ja schon mal. Licht war durch die Gegend. Dach! Messer verschissen. Schissen? Scheissendes Messer. so was gibt es auch 5 toll 111 scheiße sechs nicht doch sonst wohin ich hab ja noch mein fusionsgewehr Ich suche die Hexe, auf einmal steht sie direkt vor mir. Du wolltest sie erfinden. Ja, aber nicht so direkt. So, Rüder weg. Steckt sich die Sau. Komm her, komm her. Wo ist der Rest? Vom Schützenfest. Alter, die Hexe, ey. Leck mich da im Arsch. Ich weiß nicht, was du da hinten da machst, aber ja. Ich mach eine Hexe tot. Das ist nicht los. Oh, ja. Man, wieder meine Kanäle. Außerdem zeigt der mir ja an, dass ich hier hin soll. Außerdem. Wie redest du denn heute? So, richtig geschwollen. Immer. Och, du scheiß Hexe, ey. Fick dich doch. Och, Alter, das gibt's doch nicht. Wo, 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 wo. Drecks Hex. Alter. Hat die Hexe blatt gemacht? Ja, ja. Ganz ängstlich. Habt ihr die Hexe blatt gemacht? Ich weiß nicht, wie ich da draufgerotzt hab auf die Hexe, Alter. Die wollten nicht sterben, wieso? Was hab ich denn jetzt hier? Eliminiere 30 Gegner im Nahkampf. 16 hab ich schon. Okay. Mal mitzählen. Ich zieh mal, ich zähl mal für mich mit. Das für'n Pisser hier, da, bitteschön. Der mit seinem Schwulen tut schütt. Alter, wir werden so versagen. Aber sowas von. Bei dem Boss. Alter. Oh, hat der einen, äh, den Schweinzlutscher. Tot. Da ist aber noch so'n Vogel. Bam. Gewesen. 17. Okay. Hast du das gezählt? Normalerweise schon. Nee. Weißt du wohl wahrscheinlich weggebolzt. Jetzt wird's lustig. Ja, crazy. Du wolltest ja einen Strike machen. Ja, was soll ich sonst machen? Patrouille, wie du gesagt hast. Ach, den war schon platt. Ach! Ach, das geht ja. Ach! Und halt ein bisschen länger, ne? So Alter, ich zeige schon, dass auch R Rayton so alles auftauchen. Innovation zur Fall. Hier drin gibt's schon eine Kiste. Das ist mir in Bundeswehr. Du hast mir egal. Ja. Ja. Alter. Alter. Ritterarsch. So, hier ist die Kiste. Hier ist der Bum. Wie komm ich noch hoch? Spring. Erstmal da auf die Plattform. Guck guck. Oh ne, nicht so schnell, nicht so schnell. Ne, da wo er crazy ist, ist das ganz verkehrt. Oh, bin ich falsch. Da wo er crazy ist, ist meistens immer der Tod. So tot ist er gar nicht. Oh, ich bin in der Luft gestorben. Wie war das? So tot bin ich da gar nicht. Ich spring gerade rund, indem ich sterbe. Ich bin in der Luft. Verreck. Ja, da musst du auch ein bisschen beschäftigen. Zwölf Sekunden warten, dann bin ich wieder da. Ja. Alter. Alter. Komm schon. So. Wieder da. Wo ist denn der Vorhull? So, jetzt kommen wir her. So, jetzt kommen wir her. Ich bin wieder in der Luft gestorben, es gibt doch nur im Arsch. Ich bin tot. Im Luft tot. Ja, jetzt den Arsch. Ich glaube aber nicht, dass ihr mich hier oben heilen wollt. Ach. Waffleer. Waffleer. Tod. Ich bin tot. Dann ist meine Oma ausgegangen. Nein. Ich hatte noch eine Sekunde. Der Blue, könntest du auch mal reden. Ey. Ich rede schon alles bespürzt. Wie gesagt, noch so fünf Sekunden und du. Machst kein Ton. Ja, ich war, weil wir ihn schon mal sagen können. Ich bin tot. Oder so. Oder bin gleich tot. So was. Wärst du wieder tanzen gegangen? Ich bin tot. Das Problem ist, wenn du hier außerhalb des Raums gehst, wir warten dort ein Schreier. Ein Kreischer, ja. Ein Kreischer, genau. Na, die Schreiehälte. Näh, von wegen. Na, geh ruhig aus dem Raum, also warte dort, bis ich den schon kennenlerne. Oh, ich bleibe jetzt hier in der Ecke. Oh, hier kommt kein Schwein. Ich bleibe jetzt hier in der Ecke, hier kommt keine so. Man kann nicht schön draufballern, hier auf den Arsch. Oh, Mann, ey, pass auf, ich bin tot. Auf Ritterarsch. Ne, auf den Fettarsch. Superman. Ich bin nicht komplett gedeckt, Alter. Kann ich schießen, bis zum Gehtnichtmehr. Oh, für wie lang? Doch. Weil er schießt genau gegen den Felsen. Ein Drecksvieh. Ein Riesenfieh. Ein Hüter ist gefallen. Oh, da, da, da. Ah, jetzt geht's doch nicht mehr. Siehst du? Für wie lang, hab ich gesagt. Es ging aber ganz gut und ich bin tot. Solange der weiter hinten ist, ist die Stelle perfekt. Aber sobald der weiter vorne ist. Ach, jetzt kommen die da aus der Höhle raus, die Dicke. Na, dann die Töter, dann die Töter. Alter, wo bist denn du? Oh, ist schon wieder so einer? Och, das gibt's doch nicht, Alter. Ich krieg einen Schlag ab, tot. Ja, weil der Ritter bei dir war. Na, wohin hast du nicht? Ja. Gibt es denn nicht irgendwo eine Deckung mal, wo man sich und nicht decken kann? Nö, nö. Zack. Na, hier bist du, musst du in Bewegung bleiben. Hier kannst du das vergessen, mit irgendwelchen Deckungen. Wo steht denn seine Schwachstelle? Das weiß ich noch mal. Auf den Bauch. Bauch oder Eier. Irgendwo, oder? Also, Bauch. Oh! Alter, ich stand genau vor dem Vieh, Alter. Bauch oder Eier, also Bauch und Eier, das ist ja nur ein Unterschied. Ja, da in dem Bereich jedenfalls. Ach, eigentlich ist das aber ziemlich groß. Aber ich schief nehm in den Arsch, nehm juckst nicht. Tod. Wer? Also, ich. Achso. Wer? Achso. Da war ich gerade, ich wollte gerade, ich hab dir gerade eine Granate hingeworfen, ich dachte, das ist jetzt tot. Ja, da war ich aber, das war wohl nicht unrealistisch gewesen. Oh, nicht hier hoch. Oh, ist er? Wo ist denn der Fettsack? Weg. Weg. Du stinkmerchel. Ich dachte, du bist erfahrt. Das stimmt, da ist doch das Schwachpunkt. Ja, kann auch kein Mensch haben. Ja, wo ist er? Super. Ja, so super war es nicht. Ich bin super. Und da drüben ist ganz schlecht, Blu. Aber total, also erstmal da rüber gucken, ne? Oh, Onkel macht das schon, der ist der Terminator. Dix Terminator. Ja, er kommt wieder. I'll be back. Alter, oh, nein. Wir haben das schon gut abgezogen, muss ich sagen. Alter, ja, die Felsen sind gut als Deckung hier. Ich nehme die ganze Zeit die Felsen als Deckung. Kuscht. Reise. Stop. Ja. Oh, nein, der taute ab. Scheiße, Mann. Nee, den hat es noch nicht umgegangen. Noch nicht. Alter. Er schießt, er schießt, er schießt, er schießt. Oh, was war das? Oh, ah! Fuck, fuck, alles riesen, äh, alles explodiert, Typen. Alles riesen. Oh, 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 Ritter. Oh, oh. Ich, ich, oh. Ja. Was brauchst du? Erste Hilfe? Alles. Nein, ich habe Grenade vorbeigeflogen. Wo, wo bin ich denn? Ich dachte, ihr habt auch die Schwerenwaffen. Ganz schön, klar, klar. Bäm. Alter, Sau. Selber. Alter, ihr piept alles, was ist mir los? Ja, sagte er es dem Großen da. Oh, schwache Munition ist alle. Wo sind die Hexen? Oh, die Hexen ist weg. Nee. Außer die Hexen jetzt, wo vor meiner Linse war. Alter. Oh, warte, ich brauche erst mal Schutz. Ach, die Dicke. Komm schon, komm, dann lade ich ein. Was? Ach, die Dicke. Hexe, 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 Hexe. Boah, jetzt ist die... Boah, Alter. Boah, bist du tot? Nee, nee. Boah. Ja. Meine Muni ist leer. Scheiße. Meine Primär-Muni ist leer. Was willst du, willst du? Ich will die ganze Muni einsammeln hier. Bop, 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 bop. So, du blöder Pixel. Das ist gleich weg. Nein, du sagst gleich nicht. Das ist gleich weg. Wie, wie geht er denn hin? Mach gleich den Huf hoch. So, Alter, komm mal her. Gott, ich kann. Ich hab hier meine dritte Waffe jetzt, Alter. Jetzt holt sich da drauf. Bats. Och, nein! Stimmt, Onkel, du bist der Letzte. Der ist gleich tot. Ich weiß. Oder warte 20 Sekunden, bis ich wiederkomme. Nein, nein, nein! Er geht in Deckung. Nein! Spring, bitte, 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 bitte. Spring! Ja, ich glaub, du bist noch am Leben, ne? Schneller ab. Nein, nein, nein! Das war ein Fehler. Warum springst du nach unten? Ich bin nicht nach unten gesprungen. Da hinten war noch ein Absatz. Da bin ich drauf gesprungen. Ey, was? Scheiße. Ja, die Behinderung an der Kette. Ah, der Kopf ist auch, äh, Dings. Schwachstelle, nö. Ne. Doch. Ne, er hat nur eine Schwachstelle. Ich hab da gerade auf den Kopf geraut, hat doch immer 60 abgezogen, habt ihr gesehen. Du musst gucken, wo die Zahlen gelb werden. Richtig. Ja, gelb. Ist richtig. Und ich bin tot. Ich weiß, was gelb ist. Echt? Ja, hau doch ruhig auf meinen Geist drauf. Habt recht. Oh, ich bin gleich nur da. Also, verpiss dich crazy. Ich darf. Wow. Ich bin jetzt schon wieder. Och, Mann, oh. Geh da mal weg hier. Bin ich denn? Wondos. Ich komme gleich nach oben. Also.